Männlich bis 290 Kilo und 24er Score. Ein richtig starkes Tier. Den versuchen wir gleich zu schießen. Aber wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Hier die Schwarzbretel. Schönes Tier. 23er Score. Das ist mein stärkster bis jetzt geschossener Schwarzbär. Mit 273 Kilo. Und ein Score von 23,780. Ein Trophy Shot. So, ein Trophy Shot. Schönes Tier. 23er Score. Und da kommt auch schon wieder ein Schwarzbretelbock. Und da kommt auch schon wieder ein Schwarzbretelbock. Transferant inkludiert. Spreng!